Bei mir, die drei Party-Tiger aus Ludwigs Wings, stellt euch mal vor, bitte. Alexander. Und ich. Das ist die Lore, die heiße Lore von der Rösselzquelle. Ja, wenn ihr was essen wollt, wie bedient euch die Lore? Die kann tanzen wie so ein junger Hengst. Und das ist der... Sascha. Sascha, er bedient euch auch in der Rösselzquelle. Jo, wie findest du die Party so? Ja, so weit, so gut. Lore, hast du ein bisschen getanzt? Ich hab mit dir getanzt, es war super. Was hast du heute Abend noch vor? Nimmst du mich noch mit heim? Du darfst mal um nie schlafen in der Sucheritz. Das wäre schön kuschelig. Und du hast auch schon fest geschafft hier, macht das Spass heute? Ja, aber vor allem bin ich froh, dass ich die Lore gefunden habe. Aha. Seit dem Jahr habe ich es mal gesucht gemacht. Äh, drei Sätze zum Roli. Er soll so weitermachen. Super Party. Das waren jetzt aber mehr als drei Worte. Okay, ja, Lore, der Roli hat es doch nicht mehr, oder? Also, ja, er spinnt schon ein bisschen, aber ich glaub, dass er um das Winkel kommt, da muss er mit dem Spinner mitmachen. Aber du kommst so klar mit ihm, oder? Auf jeden Fall. Ist doch eigentlich ein dufter Typ. Jo, aber ich mach's mich auch genau über dir. Ach so. Sends hast du die Lore, die geht Gas. Ach so, das kommt jetzt auf RTL 2 oder so. Jo, und noch deine Grüße. Ich grüße erst mal den Fickes, den Wilhelm. Fickes und Fox sind den Fackes. Nein, nur den Fickes. Äh, wenn grüße ich ihn noch? Sagen wir, dann kennst du gar nicht. Wenn, den Fickes. Der Fickes ist der coolste Typ in Ludwigswinkel. Noch mir. Noch dir natürlich. Wir haben gezeit, weil ich... Ja. Okay, und ich grüße, der Revolver hält schon. Also ich sag jetzt auch nicht mehr, ich grüße einfach unser guter Mann her und fertig. Ich würde sagen, wenn die Lore sieht, geht immer alles drin, gell? So, noch deine Grüße. Ich grüße die Fälte, ich auch noch. Jo, und dann gehen wir zurück ins Studio, danke.